Hallo Drio, hier ist das Zweikampf Sofa und wir spielen Neverwinter, mit mir das Nox, ich bin das Smirk. Wir gucken uns mal die ganz vielen verschiedenen Aussprägungssteine im Sternenhafen an. Ja, das wäre wahrscheinlich gar nicht notwendig, weil den habt ihr bestimmt schon alle gefunden, aber wir wollen euch ja alle Aussprägungssteine zeigen. Und hier gibt es auch nur einen, es ist Mod 17, da gibt es nur diesen neuen Raum, alles andere ist noch aus Mod 16 übernommen. Aber hier ist der einzige Aussprägungssteine im Sternenhafen. Unglaublich, den habe ich ja noch nie gesehen. Und der heißt auch Sternenhafen. Das ist ganz simpel eigentlich. Ganz simpel. So, das war's schon. Ich kann mein Haus sehen, den Planeten Togel vom Weltraum aus betrachten. Ja, und das war auch der Aussprägungssteine im Sternenhafen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.